Hallo Hansa-Fans, ich würde mich super freuen, wenn ihr am 3.9. im Oste-Stadion sein würdet, zur Rückkehr der Legenden sozusagen, zum Spiel der Aufstiegsmannschaft gegen eine Hansa-Allstar-Mannschaft. Ich denke, ausverkauftes Haus werden wir nicht hinbekommen, so wie damals gegen Unterhaching, aber wenn wir so ein paar Zuschauer hätten, wäre es richtig geil, nochmal das alles wieder hochkommen zu lassen, wäre richtig toll. Also Hansa-Fans, kommt am Sonntag und unterstützt uns, das wäre klasse.